Wollen wir nicht auch einen Burggraben bauen? Das ist viel zu uneben hier. Meinst du? Ich guck mal. Turm... Burggraben... Geht eigentlich. Kann man hier überall bauen. Aber behindert uns eigentlich. Boah, das ist ja eigentlich voll nah. Ja, was ist denn mit der Armada an Dingern? An was? Berittne Bogenschützen. Ja, ich hab grad festgestellt, dass sie da nicht reinkommen. Klar kommen die da nicht rein, aber wir können die richtig anpüssen. Wir können dem seine Steinbrüche hier auseinandernehmen. Ja, halt doch die auch so mit Faceldingern, aber weiß nicht. Ja, mach, Alter, mach 50 Stück oder so und lauf doch schon rein. Die hat aber keine Death, bis dahin. Ja, kosten ja noch 5. Die benötigt sei. So, jetzt hab ich 48 geritten in... Na, welche Taktik gehen wir? Wie, welche Taktik? Na, welche Taktik? Oh, ich weiß. Turmtaktik. 100 pro Turmtaktik. 100 pro. 100, aber... Ich glaub ich verstanden. 100? 100. Warum? Guck mal, wie weit man Türme reinsetzen kann. Ach ne, dann beschweren ich wieder, dass wir... Geht, ne? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Man kann's halt richtig weit reinsetzen. Man kann's halt richtig weit reinsetzen. Ich mein so richtig. Das hab ich auch grad rausgefunden. Loll, ich verkaufe Steine, damit ich Häuser bauen kann, damit Leute meine Ochsenjoche besetzen. Um Steine zu kriegen. So kann's gehen. Ach, mein Fuck. So, erstmal volle Ration und steuern. Noch ne Mühle. Weil wegen, Lolo. Waschenkammer vorhanden. Schon? Ja. Ich produziere am Limit. Am Limit. Ich produziere am Limit. Loll, null Bauern. Ist ja richtig krass. Trotz nur fehlt größter Herrscher. Ihr kotzt einen schon ein bisschen an. Rücken aus. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Ah, die Waffenkammer ist jetzt auch bei mir voll. Ich bombe schon wieder mit einem Mangel, ey. Hast du schon die Türme richtig weit rein gebaut? Ja, ich mach die nicht so weit. Ich will die noch verteidigen können. So weit, dass ich rankomme, einigermaßen. Ich weiß nicht, der blaue Arter ist schon richtig hier seine Dinger dahingestellt. Soll ich versuchen, ey. Was für Pech wie ich da liegen habe, ey. Also die haben ihre Burg ganz zusammen gebaut. Ja. Ja, wir haben im Prinzip auch, dass wir eine Mauer dazwischen haben, ne? Ja, es wird ein bisschen klüger, nicht viel, aber ein bisschen klüger. Wir haben aber im größeren Bereich abgesteckt. Wir? Wir haben auch den Vorteil, der hat da unten mehr Platz. Wir haben die einen Vorteil. Habe ich Holz? 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 Ich habe drei Holz. Also, weil ich Pech habe, kaufe ich Pech. Du hast aber kein Pech in dem Lager rumliegen lassen, sonst merken die das. Ja, halt kaufen und ausgeben. Ja, mach ich auch direkt. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Alter, wie viel Holz kostet das denn? Drei Millionen? Sollte es erstmal richtig viel. 20 kostet das. Ist auch ein bisschen schon die Welt. Lass uns das nicht dort platzieren, mein Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Boah, ich hole mir jetzt richtig viel Eisen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Weil Eisen bringt einfach so richtig viel Kohle. Okay, was jetzt richtig viel bringt halt schon einiges. Noch einmal im Wald ist noch nicht mal komplett. Was ist das? Wieder kein Holzfaller gebaut, ne? Der Bergfried müsste? Ja. Gehen zu. Danke. Dein Ding. Das ist immer echt nice von dir, dass du uns das spendierst. Immer wieder gern, immer wieder gern. Ich glaube, ich baue eine Kathedrale, doch, ich baue eine Kathedrale. Cool. Weil wegen Kriegsmönche und so. Alter. Wieso sind die konsequent besser als wir? Hätte ich jetzt 205 Tropen. Wir haben so viel Wirtschaftsgebäude, glaube ich. Oh, der hat gerade einen Armada im Bogenschützen gemacht, ne? Läuft. Wir machen so viel Truppen, da können wir auch nicht irgendwie verarbeiten. Wir? Ja. Geht. Also wir alle vier. Also die letzte mal. Wahrscheinlich ist das deswegen abgeklackt. Ja. da hat er schon wieder so viel brunnen gebaut was sollen das wahrscheinlich so viele punkte wo sind ja die brunnen überhaupt nicht da da warum das gibt arbeiter und die bringen steuern die kosten jedes mal 60 ja und was hat sie ganz hat seine spechseien was gelegt habe wir brauchen noch jedes mal nahrung das echt sehen was gelegt haben ja ja von meinen tors ein bisschen und bei dir ist einiges ja das wird richtig mies in die er hätte das ja schon richtig viel truppen ja ich hab 250 oder so ja 214 34 alter wenn die sollte das checken gehen die da rein bei dir macht im arabischen burg schützen ich habe keinen bock für ewig zu deffen wird größte herrscher ich bin ich dritter zweiter ich mache mir andere schützen ganz viele mit brit und bogenschützen angeritten ja bei mir ja aber nur mit fünf oder so chillt ja die reiten aber nur ich die gegende sammelt die wahrscheinlich auch hier unten wo ich mich meine auch gesammelt oben ich habe 96 britten bogenschützen umgammelt und die haben keine chance gegen ganzen armbrust schützen ich habe ja ich habe auch gerade 30 oder so glaube ich glaube ich ja circa 30 alter du musst dich beeilen dass du deinen tür besetzt kriegst bevor der seine magen besetzt hat alter du bist gefilgt da kommen deine baumeister okay ich schicke dir ein paar armbrust schützen rüber du müssen die armbrust schützen so koordinieren dass die die magen wieder aber auch nicht kaputt machen ne 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 ich will nur auf einem mangel ne 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 ne